Mein Leute, willkommen zurück zu Borderlands 2. Schnorrereine. Was? Was? Was sagst du? Nix. Und Fubar. Gravity. Ich guisse den Fubar mehr... Borg, bock, 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 bock. Oh-oh... Warum machst du sowas? Ich hab... Oh und dann haut da wieder sein Teil davor. Oh von da oben schießen die elektrischen Schafschutz. Da bist du denn wieder da? Ich bin ja noch am Eingang. Weil hier so ein schöner, enger Gang ist, wo wir nichts zur Seite ausweichen können. Da kommen wir auch nicht so viel rein. Also hier an der Seite? Ja, mach doch, was du willst. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, er kann nicht so gut. Ja. Ich habe mich nicht und dann hier. Ich habe mich nicht zu tun. Ich habe mich nicht zu tun. Ich habe mich nicht zu tun. was? der hält aber richtig aus alter die oben da weg ja ja ein snacken sache die ganzen euros ja das möchte ich doch und spitze doch mal warum sparen zu da schon wieder ein gegner zwischen europa laufen warum denn das sonst nutzt du doch hier auch jede kleine ecke das versteht sonst gut ist doch sonst jede kleine ecke jetzt rasch der hier durch ist tot jetzt wo ich oben bin aber gut dass du nicht alles gelootet hast ja aber du musst ja zu dir kommen dafür hat es aber ganz schön lange gedauert dafür kommt jetzt ein hexer was ist denn das hier für ein ich bin ich ja 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 Warum hast du noch nicht kaputt gemacht dann? Weil der blutet. Weil der blutet. Oh oh. Super, falls er ist Hexer. Ja, und die anderen verschießt du wieder. Das war nicht schwer. Oh. 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 Scheiße. Scheiße Hexe. Irgendwas legendäres. Irgendwas legendäres. Und was legendäres? Eine Granate. Was ist denn für eine Granate? Eine legendäres Granate? Kettenblitz. 21.000 Schumschlag. Schaden pro Sekunde. Mhm. So, hier kommt jetzt wieder so ein 4 raus, bestimmt. Ne, doch nicht. Oh. Das war nicht so gut. Das war nicht so viel cooles Zeug drin. Jetzt bin ich auch schon wieder voll. So, wo soll man denn langen da hinten? Ey, geht der wieder runter. Da geht's ja wieder runter. Was denn das? Ich hab mich extra ein bisschen seitlich gestellt, damit du auch ein bisschen Schmutz kriegst. Aber. Hm, 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 hm. Hm, hm. Ah, hier kommt wieder so ein Schrägraum, bestimmt. Hier ist doch aber gar keine Dings zum Öffnen. Was ist das hier? Noch nicht. Und hier Drogen? Boah. Alter. Entweder hast du echt Probleme, oder du bist doof. Boah, lass mich doch. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh, anstatt... ...Anstatt das Ding zu nehmen, hab ich ne Waffe aufgenommen. Gut, gut, gut. Hab ich mal raus. Ja. Aber vor allem gleich ausgewusstet, was? Sehr gut. den schmutz erst mal wegwerfen was hatte ich denn da überhaupt eine shotgun ich glaube ich hatte doch sogar eine bessere darf ich die jetzt nehmen was ist denn hier so komisch was mich so festhält dass der in acht oder beschwöre ich die da immer wieder neu das sind er da ganz sind ich bin am looten Aber jetzt lootet er hier, wo wirklich sonst wie viele Gegner sind. Ja, kriegst du es doch hin. Hä? Kriegst du es doch hin? Ja, immer, weil ich es gelernt habe. Ja, siehst du, er kommt einmal in den Teich. Einmal. Ich hab deine Ars gehört. Du mein Arsch. Toll, dafür gucke ich mal im Buch. Danke. Das ist gut. Ich mach deine Stärke. Oh, schon wieder dieses. Starkes Buch. Keine Stärke. Das lässt mich nicht sein. Alter, das hört doch nicht auf hier. Alter. Halt, schieb. Das versteht doch nicht. Geht doch nicht. Das versteht doch nicht. Was hat er nicht gehört? Ist das schon wieder so ein unsichtbarer? Jaja Das war eine Menge Und hier ist noch einer So ein unsichtbarer Ein bisschen auf den Sack gehen tut die So ein bisschen So ein bisschen So ein bisschen Dann fahren wir den auch mal hoch, wach? Wach? Ja der Abschnitt streckt sich echt so ein bisschen muss ich sagen. Naja das zieht sich sowieso. Aber ich glaube das ist der gleiche Weg den wir auch zum Dings gehen. Ein Boss hier. Ein Hexer. Wahrscheinlich aber... Naja. All of that. Wir sind hier oben noch nicht? Hier oben ist ein rotes Ding wieder. Das ist unser Ost... ne ist es nicht. Ich dachte das wäre die Ausgangshalle. Was ist das? Die Ausgangshalle? Ein rotes Ding heißt ja da kommen wir nicht weiter. Wie er zurückgezuckt hat. Ne gehe ich immer zurück jetzt. Sicher ist sicher. Implosion ist eigentlich nicht schlecht ey. Ich weiß nicht was meine Granate so wirklich... Ach so. Das ist ja eine komische Granate. Guck mal. Ich ziele da hin. Wo zieht es hin? Egal wo. Also Fadenkreuz und dann... Und wenn du mal höher zielst? Also meine fliegt so hoch. Na meine ist... Oh pass auf. Alter. Alter. Ist doch hier. Hinter dir. Da oben fliegt er. Oh Gott. Da oben fliegt er. Oh Gott. Da oben fliegt er. Ich bin bei dir. Arigato. So. Jetzt sind wir aber eigentlich wenn du gerade durchgehst bei der Hauptthalle. Was sagst du? Gerade durchgehst du ja wieder zur Hauptthalle wo wir eigentlich schon waren. Nee. Aber laut Karte schon. Ist ja schon... Wir sind ja jetzt drüber. Oben drüber. Wir sind doch hoch gegangen. Ach so. Ach so. Ja. Ach so. So. Wir bräuchten aber mal so einen Speicher. Das ist doch so. Also ein Speicherding war hier. Aber ich weiß nicht, wenn wir anfangen. Alter diese Spinnen hier. Das war nicht so schwierig. Da hätte der Spinne auch noch ne lecker. Wo denn? Rechts. Was? Die da tot ist? Ja. Oh, das ist ja mit dem Video. Da spring ich mal runter. Oh, da waren wir da wirklich schon. Da runterspringen ist immer eine schlechte Idee. Aber jetzt hier Video, das kann ich da nicht liegen lassen. Hier ist auch ne Ding zum Offmachen. Das was du aufmachst. Ah. Jetzt weiß ich wo ich bin. Wo bist du denn? Da wo ich mich kund. Wo wir ganz kundet mit dem König zu. Und das ist dann. Ach so. Wenn du da runter hüpfst dann. Kommst du nicht mehr hoch, ne? Nö. Also musst du wieder den ganzen Weg noch. Was schießt denn hier so komisch? Ach hier ist wieder so ein unwichtbarer Schmutzfing. Und du bist runter gehüpft oder was? Ja. Das heißt du musst jetzt den ganzen Weg wieder hochkommen. Oh, das ist halt schlecht. Ja, aber können wir auch irgendwie dann auch nächstes schon weitermachen. Ja. Warte, ich hab nur noch blauen Kram, ey. Da ist blau dann. Na waffen. Blaue Waffen. Oder orange. 4,9. Was hattest du vorher? Na. Nicht blau so. Gold? Nö. Ich muss sowas wegwerfen. Oh. Ich muss sowas wegwerfen. So. Hier oben ist nochmal so eine... Oh. Ein König. 21.000. Wie viel wird die? Okay, ich muss nicht nach. Dann lass ich sie liegen. Scheiß. Doch. Ey dann nächstes Mal weiter, oh what? Ja. Spitze bedanke dich. Wie, ich jetzt? Ja, bedanke dich, los. Dann nicht. Spitze bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.